Hartball TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ich war für die beste Team in Polen für Legia Warsaw und wollte ich etwas Neues machen. Ich wollte lernen, eine andere Kulturelle, in eine andere Liga spielen. Ich hatte andere Möglichkeiten, aber ich wählte das beste für mich, für Sannhausen. Wie ist es für Sannhausen? Es ist eine große Herausforderung, weil man immer gut spielen kann, die Realisation ist großartig. Ich liebe es immer nach vorne spielen. Ich versuche, dass es das beste für die Team ist. Für mich das wichtigste ist, dass die Team gewinnen ist, dass die Team gewinnen und die Ausstattung sind auch wichtig. Aber das ist für mich das wichtigste ist das Team. Wie ist es für Sie? Ich liebe es sehr viel Tennis. Ich liebe es auch die NBA. Manchmal spiele ich mit meiner Frau in jedem Sport, also Basketball ist auch sehr gut. Wie ist es für Sie? Jeder von der Arbeit, die zustande sind für Sannhausen, kam mir an und hat mich alles vorbeizt. Ich war nicht alleine hier. Ich fühle mich hier wie eine große Familie. Das war sehr cool. Nach einem, zwei Tagen fühlte ich hier, als ich hier lebte. für zwei, drei Monate und es war sehr, sehr easy für mich. Aber als ich kam, habe ich gesagt, Servus zu everyone. So Servus war mein erstes, aber jetzt weiß ich es viel, viel mehr. Aber vielleicht wird das nächste Interview in Ihrem Sprach. Wir gehen mit dem Zirnklick.